ich grüße dich bei unboxing and eat ja schön dass du eingeschalten hast heute möchte ich mal über spuse und seine verträge sprechen ja ich will niemanden was böses ich möchte auch den anderen leuten nichts böses ich habe halt zwei verträge mittlerweile auch schon drei aber es hat nichts damit zu tun dass sie jetzt geld aus dem fenster werfe oder das ganze es hat damit zu tun weil ich hatte ja beziehungsweise habe ich bis 25 februar noch das ab drei und ich habe im angebot bemerkt dass ich hier ein wenig bei ab drei zurück gestuft bin indem man mir nur 150 mbit gibt während der neue spuse legendärtarif 500 mbit bietet und ich habe mir beschlossen seit letzter woche schon dass ich das ab drei einstelle und es durch den dritten spuse vertrag ersetzt habe und macht sich keine sorgen freunde und freundinnen so teuer wird es mir nicht zu stehen kommen bei ab drei habe ich ja immer 1990 im monat gezahlt und das spuse legendär kostet mich dann ab februar 14 euro 90 und ich habe auch noch spuse 70 für 1990 also es zahlt sich für mich aus in dem sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen tag und daumen nach oben bitte 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 danke wiedersehen